Das Instrument, das ich spiele, ist eines der ältesten Tasseninstrumente, die es gibt. Es ist sehr groß und kann nicht nach Hause genommen werden. Man spielt es mit den Händen und Füßen. Dabei kann man verschiedene Instrumente hinzuschalten. Ich spiele das Instrument, weil mir der Klang sehr gefällt und es manchmal sehr majestätisch klingt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020